Im Gegenteil, man kommt von dich, man ist geschät und wenig aufgelegt, man macht unbemerkt ein Schläfchen, klatscht dann aus Höflichkeit und um sich wach zu machen, indessen ist man ganz munter geworden. Was denn jetzt? Sagt man sich. Der ungetreue Sabinetta wird hier doch hier, liebe Baabe, ein heidnis Nachspiel mit Tänzen, drei Stücke weg und alle dir eine Handlung, glaube der Tag, da weiß man, woran man ist, das ist unser Fall. Sagt man sich, da wacht man auf, da ist man bei der Sache und wenn sie an ihren Karassen sitzen, wissen sie überhaupt nichts mehr als dass sie unvergleitliche Sabinetta haben Glatzen sehen.